Ich bitte Sie ganz recht herzlich, meine Kollegin Anna Mausberger zu begrüßen. Hallo meine Damen und Herren und ganz herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe vom Klappstuhl, die Talkshow für junge Leute. Wir haben uns für die Buchmesse ein ganz besonderes Thema ausgedacht, beziehungsweise mussten wir gar nicht lange nachdenken. Wir haben einfach das genommen, was uns tagtäglich in der Du hast die Machtredaktion beschäftigt, nämlich die Frage, Jugend und Politik mischen im Possible. Ein gängiger Satz in Deutschland lautet, die deutsche Jugend sei heute so unpolitisch. Herr Frenz, liegt darin der berühmte Funken Wahrheit oder ist das die altbekannte früher war alles besser Rhetorik? Was meinen Sie? Ich glaube, dass es nicht stimmt unbedingt, jedenfalls in meinem Bereich ist es nicht so. Wir haben sehr viele junge Zeichner, die sich für Politik interessieren und weil Sie es angesprochen haben, in der Titanic ist eine junge Garde am Werk, auch die sind nicht unpolitisch, also ich kann das nicht so nachvollziehen. Axel, du bist ja heute hier sozusagen unser Vorzeigejugendlicher, auch wenn du jetzt nicht mehr so ganz jugendlich bist, aber mit 20 darf man das ja noch sagen. Du studierst Politikwissenschaften, du betreibst in deiner Freizeit diesen Blog. Ich nehme jetzt mal stark an, auch deine Freunde sind in irgendeiner Art und Weise politisch interessiert. Seid ihr Einzelbeispiele oder hast du das Gefühl, das ist einfach ein großes Vorurteil, was der Jugend da entgegengebracht wird? Naja, ich denke mal, die meisten Leute sagen, die Jugend ist politikverdrossen. Man muss eigentlich eher sagen, die Jugend ist Parteien- und Politikerverdrossen. Das heißt, wir bewegen uns als Jugendliche häufig außerhalb dieses Parteienspektrums. Das ist einfach nur das Problem, dass die Politiker und die Parteien für die Jugendlichen einfach uninteressant geworden sind. Das ist zum einen durch einen Vertrauensverlust und zum anderen auch einfach, dass das Durchschnittsalter in Parteien recht hoch ist. Du machst ja Hip-Hop, das kann man wahrscheinlich getrost als die Jugendkultur schlechthin bezeichnen im Moment. Du gibst auch Workshops an Jugendliche, du hast zum Teil sehr politische Texte. Wie ist dein Eindruck dieser angeblich unpolitischen Jugend? Also ich glaube persönlich nicht, dass die Jugend unpolitisch ist, sondern einfach, dass die Politik sehr jugendungerecht ist, beziehungsweise überhaupt nicht jugendgerecht. Also das ist einfach so, dass keiner spricht irgendwie die Sprache der Jugend so, das geht komplett an der Jugend vorbei. Und auch wenn man Politiker sieht, wie die sprechen und wie die auftreten, dann hat man das Gefühl, dass man keinen von denen irgendwie mit einem 15, 16-Jährigen zusammentun könnte und der auch nur ein Wort verstehen würde. Das ist einfach so eine fremde Sprache für die. Und deswegen finde ich, beziehungsweise glaube ich, haben die keinen Bezug zu dem Ganzen und finden auch keinen Draht dazu irgendwie. Das ist so halt ziemlich jugendungerecht, das ist meine Meinung. Damit sprichst du auch schon etwas an, was auch eine Studie herausgefunden hat, die dieses Jahr veröffentlicht wurde. Die nennt sich Sprichst du Politik? Das war die größte Online-Befragung zum Thema Jugend und Politik im deutschsprachigen Raum. Und da wurden die Jugendlichen zu ihren spontanen Assoziationen mit Politikern befragt. Und da kam heraus Lügen, Drumherumreden, Beschönigen, Manipulieren. Fast 60 Prozent waren sogar der Ansicht, dass die Politiker mit Absicht eine abgehobene Sprache sprechen, damit sie nicht verstanden werden. Bei mir drängt sich die Frage auf, auch aus meiner eigenen Erfahrung in der Duas, die Machtredaktion, dass die Frage gar nicht so sehr sein muss, ist die heutige Jugend in Bezug auf Politik noch zu retten, sondern eher andersrum. Und das hast du ja auch gerade gesagt und du auch. Ist die Politik eigentlich noch zu retten? Und da wage ich jetzt mal, und deswegen habe ich sie heute eingeladen, die These aufzustellen, dass die Politik sehr viel von der Kunst lernen kann. Fahrt, du hast zum Teil vier Millionen Klicks auf YouTube. Wenn du diese vier Millionen Klicks mit politischen Inhalten füllst und das wird ja auch kommentiert und so weiter, da wird diskutiert in diesen Foren, dann habe ich den Eindruck, dass da tatsächlich über Hip-Hop politische Bildung geleistet werden kann. Also definitiv, das ganze Hip-Hop-Dingen hat ja so ein falsches Bild irgendwann bekommen, so durch dieses ganze Gangster-Rap und ganzes, was in den Medien rumgepusht wird. Aber das ist ja wirklich so, dass Hip-Hop eigentlich aus diesen sozialen, schwächeren Gegenden kommt und auch wirklich da entstanden ist. Und viele Leute, also beziehungsweise viele Jugendliche, man glaubt das nicht, die sind wirklich ambitioniert, beziehungsweise die haben eine andere Auffassung. Man darf denen nicht so unterstellen, dass die überhaupt nicht interessiert an Politik sind. Wenn man die jetzt zum Beispiel fragt, wer vielleicht der Innenminister ist oder so, das könnten die nicht beantworten. Aber das heißt nicht, dass die vielleicht nicht interessiert sind, sondern einfach für die hat das keine Realität. Für die ist das einfach zu fremd so. Das hat für die keinen Bezug in ihrem Leben. In ihrem Leben spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Aber irgendwo hat das angefangen und irgendwo kommt diese Wut. Und ich denke, das ist der erste Punkt, wo die Leute hingehen. Man sagt natürlich am 1. Mai, die Steine, die dort fliegen, sind irgendwelche alles Chaoten. Man schert das über einen Kamm und sagt dann, das sind solche Leute. Aber ich denke, da sind auch viele bei, die irgendwas damit signalisieren wollen, ihre Unzufriedenheit deutlich machen wollen. Und das ist halt einfach nur eine andere Sprache. Das kommt auch aus einer anderen Welt, wo vielleicht Aggressivität und Gewalt auch eine Rolle spielt. Und das ist dann für die Politiker zu fremd. So werden Jugendliche dann ganz schnell mal einfach pauschalisiert und gesagt, Jugendliche sind spaßorientiert. Aber Politiker ändern das ja nicht im Moment. Wie alt ist denn der durchschnittliche Besucher im Karikaturamuseum? Das ist unterschiedlich. Wir haben sehr viele Besucher, die über 50 sind. Aber bei bestimmten Themen sprechen wir auch sehr viele junge Leute an, die sich für Satire interessieren. Und falls es ein Problem gibt, sozusagen in eine Partei einzutreten, da kann ich anbieten, die Titanic hat eine Partei gegründet, die heißt Die Partei, da kann man sich engagieren. Axel, warum hast du denn eigentlich angefangen mit dem Schreiben auf deinem Blog? War das auch aus so einem Gefühl heraus, dass du da eine Lücke füllen musst? Das ist irgendwie so, man kann sich so ein bisschen was von der Seele schreiben. Dann sieht man zum Beispiel Frau Merkel, die Red von Rekapitalisierung der Banken. Wenn man das jetzt auf Deutsch übersetzt, heißt das so viel, wir müssen den Banken noch mehr Geld sonst wo hinschieben. Wenn man das dann überlegt und versteht, dann hat man auch das Bedürfnis, das den anderen Leuten zu sagen. Weil die meisten nehmen das einfach auf und denken da nicht mehr drüber nach. 15 Minuten Tagesschau und Tag reicht. Und ich denke mal, wenn man dann mit Satire arbeitet und das den Leuten auf diese lustige Weise näher bringt, dann ist auch das Interesse eher da, auch selber darüber nachzudenken. Ich glaube, wir haben jetzt hier auf dem Podium einen Konsens. Satire, Hip-Hop, Karikatur können politische Inhalte zum Teil besser vermitteln als die Politiker selbst. Dennoch, wenn ich jetzt hier als Moderatorin auch mal meine Meinung äußern darf, habe ich das Gefühl, das könnte noch viel stärker passieren. Also ich weiß auf jeden Fall von Künstlern aus Berlin, dass die das gemacht haben, also auch auf eine sehr radikale Art und Weise. Die haben dazu aufgerufen, dass man auf die Straße gehen soll und seine Meinung vertreten soll. Die haben es halt sehr, auch mit Aggressivität unterstrichen. Die hatten halt ihre Meinung und die wurden dann halt einfach indiziert so. Das war dann halt zu viel, so des guten Geschmacks so. Wahrscheinlich für die deutschen Behörden. Und wenn ich in Deutschland mich umschaue, will doch keiner auf die Straße gehen. Es ist doch wirklich so, jeder hat Angst um sein schönes Auto, was in der Einfahrt steht und sein schönes Haus. Und die Heckenschere muss auch schön gerade geschnitten sein.